Hallo Leute, wir haben euch jetzt heute verschiedene Videos gezeigt und zwar Individualtraining, aber dann auch Übungen, die man zu zweit machen kann. Wir haben dafür bewusst zwei starke Spieler genommen, die technisch sehr stark sind und das zeigen wir euch jetzt. Wir zeigen euch jetzt eine Übung, wie man sich am besten vom Gegenspieler löst. Der Gegenspieler kriegt aber auch ein bisschen Druck vom Verteidiger und er löst sich vom Gegenspieler und versucht mit einer offensiven Bewegung schnell zum Torabschluss zu finden. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.